Freunde, falls ihr wissen wollt, wie man solche schönen Haxen macht, bleibt dran. Hallo Freunde, vielen Dank fürs Einschalten. Heute machen wir Schweinehaxen gekocht in Bier in unserem guten afghanischen Kazan. Als erstes brennen wir die Haut ein bisschen an, um die Borsten ein bisschen abzubrennen. Also, der gute Rex hat auf jeden Fall schon mal ordentlich Hunger. Wir haben die Schweinehaxen jetzt abgeflammt, gewaschen und jetzt kommt sie in den Kazan rein damit. Natürlich ist ein bisschen eng, aber schaffen wir schon. Zwiebeln, nicht vergessen. Zwiebeln. Drei Stück ungefähr. Dann Karotten. Zwei Stück. Knoblauch. Rein. Okay, es geht weiter. Jetzt tun wir Salz. Es muss auf jeden Fall gut salzig schmecken, weil wir haben hier vier große Haxen drin. Pfeffer. Vier bis fünf Lorbeerblätter. Und natürlich das Bier. Ein wichtiger Bestandteil in diesem Rezept. Also hier habe ich zwei Liter Bier. Zwiebeln. So. Jetzt schaut euch das mal an. Also jetzt machen wir erstmal wieder alles zu. Ja, das kommt jetzt auf die Flamme und eine Stunde ordentlich kochen. Der, der hier freut sich am meisten auf die Haxe. Oder Rex? Rex. Haxe? Haxe. Ja, los. Ja, die Stunde ist um. Jetzt Feuer aus. Und erstmal den Druck vom Kessel. Das riecht richtig gut. Schaut euch das mal an. Kommt mal her. Das ist ja nicht meine richtige Haxe hier. Die sieht doch gut aus hier. Die Pfefferkörner? Egal. Also wir breiten jetzt eine Glasur vor. Dafür. Hier diese Soße. Nehmen wir eine Kelle von dieser Soße. Die schmeckt richtig gut. Nehmen wir ein paar mehr Kellen. Nehmen wir Senf. Mit guten Esslöffel. Honig. Ungefähr auch einen guten Esslöffel. Ein Gewürz. Da ist eigentlich alles Mögliche drin. Ob Paprika, Thymian, alles was es theoretisch gibt. Es muss leicht salzig schmecken. Ungefähr einen Teelöffel. Und jetzt einmal schön durchführen. So, das köchelt jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen. Jetzt können wir das ausmachen. Und ein bisschen abwarten. Dann wird es ein bisschen dickflüssiger. Und dann bestreichen wir damit die Haxen. Freunde, guckt euch die Dinger an. Die schmecken jetzt schon bestimmt übertrieben gut. Aber die kommen jetzt erstmal im Backofen. Und wie gesagt, nach einer halben Stunde raus nochmal Glasur drauf. Und nochmal danach für 10 Minuten bei 250 Grad. Bis gleich. Wir werden ja auch in der nächsten Mal. Die drei Teile ist nun in der zweiten Teile und die Dinger. Nur noch im Herzen. Wir werden ja auch in der ersten Teile. Die Dinger sind dann im Herzen. Hier kommt die Dinger so offen Awesomeen an. Biese und die Dinger. Gut, gut.